Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer kleinen Serie über die hier, die Free Buds 4 von URY. Die gehen heute in den großen Vierer-Contest gegen drei Klassiker aus dem Hause Samsung. Und welche das sind, das sage ich euch jetzt nochmal. Einmal die normalen Buds klassischer Natur ohne Zusatz, die Buds Plus und die Samsung Galaxy Buds Live aus dem letzten Jahr. Die Buds Pro habe ich nicht mehr, deswegen können die nicht mehr mit antreten, aber dafür jetzt wie gesagt die Free Buds und die sollen jetzt im Vergleich mal antreten. Ja und loslegen wir mit dem Kapitel Optik. Ist immer so ein bisschen Geschmackssache, von daher jetzt meine persönlichen Favoriten oder meine persönliche Einschätzung. Der Formfaktor der Gehäuse ist einmal Babybell Form bei den URY Free Buds 4, etwas kompakteres, abgerundetes Gehäuse bei den Samsung Galaxy Buds Live und bei den Galaxy Buds Plus und den normalen Galaxy Buds ist es so, dass das Gehäuse etwas ausschweifender ist. Bei den Buds Plus und den Buds Live ist das Gehäuse leider glänzend ausgeführt, das heißt da seht ihr Fingerabdrücke relativ gut. Weniger gut seht ihr die auf den Buds und überhaupt nicht bei den Free Buds 4. Von daher von der Haptik und auch vom Formfaktor her gefällt mir eigentlich das Gehäuse der Free Buds 4 am besten und das von den Live. Vielleicht die Form des Gehäuses bei den Live in Verbindung mit den Free Buds würde zwar nicht passen, aber vom Grundsatz her wäre so mein Favorit. Wenn wir uns dann mal die eigentlichen Ohrhörer angucken, denn das ist ja das, was man letzten Endes sieht, wenn ihr damit durch die Gegend lauft, dann ist es so, dass wir auf der linken Seite etwas abdichtende Kopfhörer haben, die auch wirklich bis in den Gehörgang hineingehen und dann mit dieser Silikonform das Ganze abdichten. Das wird später nochmal relevant, gerade bei Sound und auch bei Active Noise Cancellation. Da wird das nochmal ein Thema. Die Buds Live mit dieser Bodenform, die ihr ins Ohr eindreht und dann natürlich unser Herausforderer, die Free Buds 4, die so Apple AirPod mäßig daherkommen mit dieser Stange oder wie auch immer man das nennt. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Die gehen auch nicht ganz bis in den Gehörgang rein, dichten auch nicht ab, aber haben halt hier diese Stange und da muss ich persönlich sagen, mir gefällt das nicht. Aber sie sind mit die leichtesten, vielleicht nicht vom Gewicht, aber vom Gefühl her im Ohr und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, der für mich persönlich bedeutet, vom Formfaktor her sind die Free Buds 4 vorne mit dabei. Ja, der zweite Punkt ist der Halt im Ohr, das Handling im Ohr, beziehungsweise auch das Gefühl im Ohr so ein bisschen. Die eng abdichtenden Samsung Galaxy Buds Plus und normal auf der einen Seite, ja ich zeige es euch hier nochmal, da seht ihr, dass das im Ohr relativ eng abschließt. Das ist ein sehr drückendes Gefühl, das kann man mögen und das ist auch für Bass und so weiter und so fort, das ist eine gute Geschichte. Auf der anderen Seite die Free Buds 4 und die Buds Live mit dem eher offenen Gefühl. Das ist insbesondere dann ganz gut, wenn man es nicht mag, wenn das Ohr wirklich so komplett so einen Unterdruck hat oder sowas. Dann ist es eher die Variante der rechten beiden Ohrhörer als die der linken und ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie die Free Buds da im Ohr performen. Bei den Buds Live vielleicht nochmal ganz kurz dazu, die gefallen mir vom Sitz her wirklich am besten. Habe ich im Einzeltest ja damals auch schon gesagt und dem ist auch immer noch so. Und wenn wir uns hier das Ganze nochmal angucken, sehen wir auch, das dichtet nicht ganz ab. Das ist so auf dem Niveau von den Buds Live. Sitzt aber trotzdem auch gut im Ohr. Dieser Stift oder wie man das auch immer nennt, der gefällt mir persönlich ja nicht so gut, dass der so runterhängt. Ist aber nachher für die Telefoniefunktion deutlich besser als vielleicht bei den anderen Varianten. Insofern, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, was einem am besten gefällt. Abdichtend, nicht abdichtend. Gerade wenn ihr Sport macht, ist es auch so, die halten gut. Aber bei den Free Buds ist es so, dass sie irgendwie bei mir zumindest leichter rausgefallen sind als die Buds Live. Aber wann ist man schon mal so ganz hektisch beim Sport unterwegs? Ich zumindest nicht. Solltet ihr aber gegebenenfalls noch mit berücksichtigen. Und vom Grundsatz her ist es einfach so, durch diese Abdichtung des Gehörgangs, gerade bei den Buds Plus und bei den Buds, das solltet ihr mal ausprobieren, ob euch das gefällt. Und grundsätzlich guckt euch oder hört euch die Ohrhörer einfach mal an und guckt, ob sie in eurem Ohr vernünftig halten. Ja, Kapitel 3, die Akkulaufzeit. Und da sei zunächst mal gesagt, es gibt ja zwei Komponenten der Akkulaufzeit. Einmal mit Gehäuse und einmal nur die Akkulaufzeit der eigentlichen Ohrhörer. Das ist auch deutlich unterschiedlich und bedingt natürlich, dass wenn ihr das Gehäuse dabei habt, ihr noch eine viel längere Laufzeit habt. Alle vier Geräte lassen sich übrigens drahtlos laden. Das vielleicht nur schon mal vorab zur Info. Und wir gehen jetzt einfach mal durch, wie die Laufzeiten so sind. Bei den normalen Buds ist es so, dass das Gehäuse sieben Stunden Laufzeit hat und die eigentlichen Buds sechs Stunden. Das sind also insgesamt ungefähr 13 Stunden, die ihr damit über die Runden kommt. Das ist im Testumfeld und die Buds sind ja auch mittlerweile schon ein bisschen älter, ist das eher das Ende der Fahnenstange, also sozusagen der vierte Platz, wenn man so will. Der Sieger oder vielmehr das, was wirklich am meisten Laufzeit hat, das sind die Buds Plus. Zum einen die eigentlichen Ohrhörer, die elf Stunden Laufzeit haben, wirklich grandios aus meiner Sicht. Und mit Gehäuse nochmal elf Stunden on top kommen. Das ist wirklich eine super, super Leistung. Und gerade wenn ihr die Einzelohrhörer nur mitnehmt, dann ist es wichtig, dass ihr wisst, dass die halt wirklich super lange durchhalten und zwar im Testumfeld sogar am längsten. Buds Live, da muss man den Unterschied machen zwischen mit Active Noise Cancellation und ohne. Grundsätzlich erstmal 5,5 Stunden meine Testerfahrung mit ANC, ohne ungefähr 8,5 Stunden und das Case dann nochmal 18 Stunden. Also auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und von der Gesamtlaufzeit her sogar der Testsieger. Bei den Free Buds ist es so, dass die eigentlichen Ohrhörer mit Active Noise Cancellation knapp 2 Stunden durchhalten. Aber die sind halt auch super leicht. Da ist nicht viel Platz für Akku gewesen. 4,5 ohne Active Noise Cancellation, aber mit Case 21 Stunden. Auch das ist ein guter Wert. Es ist ein bisschen wie ein Elektroauto. Sie laden schnell auf, haben aber als Ohrhörer an sich nicht unbedingt so viel Laufzeit bzw. Akkukapazität. Das muss man halt einfach wissen. Ja und damit sind wir tatsächlich auch schon beim Stichwort Active Noise Cancellation, Passive Noise Cancellation, wie auch immer, ANC, NC, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Auf der linken Seite haben wir keine aktive Geräuschreduzierung, auf der rechten Seite schon. Auf der linken Seite haben wir aber die passive Abschottung. Ich habe es euch vorhin schon beim Halt im Ohr gezeigt. Die dichten halt sehr gut ab durch diesen Silikonfropfen, der vorne drauf ist und das ist wirklich so, dass ihr euch da abgeschottet fühlt. Es ist dieses Unterdruckgefühl, das erzeugt natürlich auch das Gefühl, dass ihr euch von der Außenwelt ein bisschen abschottet. Das ist grundsätzlich erstmal gut, weil dann nämlich der Ton direkt ans Ohr dringen kann und ihr nicht gestört werdet. Also von daher, das ist aus meiner Sicht sogar die bessere Lösung, weil es kostet halt auch keine Akkulaufzeit. Die Konkurrenz mit Active Noise Cancellation hier auf der rechten Seite, das kostet alles Akkulaufzeit und ist im Zweifel nicht unbedingt besser als diese direkte Abdichtung bei den Samsung Galaxy Buds und den Samsung Galaxy Buds Plus. Ja, da schauen wir uns aber auf der anderen Seite mal die aktive Noise Cancellation an, weil da sehen wir schon direkt durch diese nicht ganz enge Abdichtung kommen natürlich Töne, die direkt an euer Ohr dringen. Das seht ihr hier ja auch nochmal, habe ich euch vorhin auch schon gezeigt. Das ist halt einfach wichtig zu wissen. Die Dinger dichten nicht komplett ab, das heißt ihr seid nicht so abgeschottet. Diese passive Fähigkeit wird damit auf ein Minimum reduziert, was in dem Fall vielleicht nicht unbedingt gut ist. Aber das soll ausgeglichen werden durch diese aktive Fähigkeit über die Mikrofone die Geräusche aufzunehmen und die dann zu neutralisieren. Aber Achtung, ich habe es gerade schon gesagt, das kostet natürlich Akkulaufzeit. Heißt also, wenn ihr diese Funktion verwenden wollt, seid euch bitte immer dessen gewiss, dass euch das Akkulaufzeit kostet und die Werte habe ich euch ja gerade in dem Kapitel davor gesagt. Vom Grundsatz her, bei beiden, sowohl bei den Buds Live als auch bei den Free Buds 4, es funktioniert. Es macht einen Unterschied, ob ihr es einschaltet oder nicht. Aber es schottet euch nicht so sehr ab, wie das bei einer passiven Geräuschreduzierung ist. Insofern, probiert es mal aus. Bei mir ist es immer ausgeschaltet. Ja, dann kommen wir nur ganz kurz zur App, beziehungsweise zu den Apps. Hier seht ihr die App von den Free Buds 4, die AI Live App und alle anderen drei Kopfhörer, die funktionieren ja über die Samsung Wearable App, die ein bisschen detaillierter ausgestaltet ist. Wen das besonders interessiert, der schaut sich gerne mal die Videos zur Einrichtung an, da erkläre ich euch alle Funktionen. Hier jetzt nur mal als Beispiel nochmal die UI App und da seht ihr auch schon bei den EQ Effekten, also beim Equalizer, ist es halt einfach schwierig. Da ist nicht viel einzustellen. Insgesamt die App von UI eher etwas rudimentär ausgestaltet, aber mit den wichtigsten Funktionen. Bei Samsung habt ihr viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, was mir persönlich besser gefällt. Aber grundsätzlich, vielleicht wird da auch nochmal ein Update kommen bei UI. Ja, nächster Punkt ist die eigentliche Bedienung der Ohrhörer. Ausgestattet sind sie alle mit Touch-Oberflächen, das heißt ihr könnt über Berührung auf den Ohrhörern das Ganze bedienen. Hier sieht man es am plakativsten aus meiner Sicht, denn diese ganze Fläche hier könnt ihr verwenden. Und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Bei den FreeBuds 4, für mich der Sieger hier im Testumfeld, hat die Bedienung bei mir ohne weiteres funktioniert. Das hat von Anfang an funktioniert, ganz hervorragend, ohne Fehl und Tadel und sehr gut umgesetzt. Bei den Samsung Exemplaren ist es unterschiedlich. Bei den Buds Live muss man sagen, da funktioniert es ganz gut über diese Touch-Oberfläche hier außen. Das funktioniert zumindest mit meinen Fingern auch bei Sport und bei Schweiß ganz gut. Anders sieht es da schon bei den Buds Plus und bei den Buds aus. Da ist es leider so, dass gerade wenn ihr schwitzige Finger habt, die Bedienung wirklich arg fummelig ist. Da habe ich es auch in der Vergangenheit nicht immer hinbekommen, das vernünftig zu bedienen. Insofern klarer Sieger die FreeBuds 4, dann die Buds Live und auf dem letzten Platz die Buds und die Buds Plus. So, im nächsten Kapitel schauen wir uns mal die Telefonie-Funktion an, denn viele von euch benutzen ja die Ohrhörer dann letzten Endes auch, um damit zu telefonieren. Über die kleinen Mikrofone, die ihr an jedem von diesen einzelnen Ohrhörern habt und die Qualität der Mikrofone, die ist durchaus unterschiedlich. In der Vergangenheit war es so, dass Samsung da glaube ich nicht so eine ganz hohe Priorität drauf gesetzt hat. Insofern ist das bei den Samsung-Uhrhörern immer so ein bisschen schwierig gewesen mit Telefonie. Bei den FreeBuds 4, und ich versuche euch jetzt hier mal das Mikrofon zu zeigen, das ist natürlich auch am nächsten an euer Mund sozusagen. Ist es wirklich so, dass die FreeBuds 4 mit sehr, sehr guten Mikrofonen daherkommen, eine leichte Windanfälligkeit haben, nicht so stark wie bei den Samsung. Insofern klarer Testsieger, ohne es vorwegzunehmen, in dem Fall hier die FreeBuds 4. Bei den Samsung Buds Live und auch bei den Buds Plus und bei den normalen Buds ist es so, dass die Buds Live bessere Mikrofone haben und bei den Buds und den Buds Plus ist es eher schwach ausgeprägt. Ja, das vielleicht wichtigste Kriterium für die meisten von euch, der Sound und der Klang, der nachher in den Ohren ankommt. Es ist sehr unterschiedlich hier im Testumfeld und ich komme wieder zurück auf das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die abdichtende Funktion. Die macht einfach hier einen Unterschied aus, gerade wenn ihr basslastige Musik mögt und das direkt auch im Ohr spüren wollt, dann sind diese beiden Varianten hier sicherlich am besten geeignet. Von der allgemeinen Klangqualität, all in all, ist es aber so, dass die beiden von der Qualität einfach ein bisschen abfallen. Sie sind auch schon ein bisschen älter, es hat sich seitdem viel getan. Wenn ihr aber abgedichtet haben möchtet und den Bass sehr drückend haben möchtet, sind es natürlich immer noch die richtigen Kopfhörer. Aber von der Qualität und auch von der Harmonie und so weiter und so fort ist es einfach nochmal ein Unterschied zu den beiden neueren. Gerade die Buds Live und die FreeBuds, da ist es einfach deutlich besser. Die Live sind wirklich sehr, sehr gut, erzeugen deutlich weniger Bassdruck als bei den anderen, weil einfach die Abschottung fehlt. Aber die sind über alle Lautstärkestufen hinweg, egal ob hoch oder leise, bieten die immer ein schönes Klangbild. Das ist wirklich gut und zwar egal, welche Musik ihr hört, das ist all in all aus meiner Sicht das beste Klangbild. Die FreeBuds 4, die sind auch sehr gut, aber im Wesentlichen im mittleren Lautstärkebereich. Wenn ihr wenig Lautstärke oder sehr viel Lautstärke nehmt, dann ist das Ganze wieder etwas unharmonisch, dann kommt das mit den Höhen nicht so ganz hin und so weiter und so fort. Also im mittleren Bereich fühlen sie sich sehr wohl, dichten natürlich auch nicht ab analog der Buds Live, das heißt der Bass kommt nicht ganz so extrem. Der Bass ist ein bisschen mehr als aus meiner Sicht als bei den Buds Live, aber nicht so drückend wie bei den Plus und den normalen Buds. Also all in all für mich der Sound-Sieger sind die Buds Live und danach die FreeBuds 4. So und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Vergleichstests angekommen und ich sage euch jetzt mal kurz, was ich glaube, welcher Kopfhörer für wen am geeignetsten ist. Zunächst mal die Buds in normaler Ausführung, mittlerweile schon ein paar Jahre alt, glaube ich neu auch kaum noch zu kaufen oder gar nicht mehr zu kaufen. Da würde ich euch auch nicht mehr empfehlen zuzuschlagen, die sind einfach mittlerweile nicht mehr von allen Funktionen, als auch von Akku, von Sound und so weiter und so fort, nicht mehr konkurrenzfähig. Es ist einfach schon ein veraltetes Produkt, da würde ich euch ganz klar sagen, lasst die Finger davon. Dann kommen wir zu den Buds Plus, die für mich immer noch sehr, sehr gute Kopfhörer sind und vor allen Dingen, das kommt dazu, preislich natürlich einer der Favoriten sind. Die dichten gut ab, das ist für mich ein Kriterium, was ich manchmal gut finde, nicht immer gut finde. Vom Sound her sind sie okay, nicht gut, aber preislich halt einfach der Kracher und ich benutze sie wirklich noch immer regelmäßig neben den Buds Live. Also da kann ich euch nur sagen, wenn ihr die günstig schießen könnt, es sind super Kopfhörer. Mein zweiter Platz sind die FreeBuds 4, die sind sehr, sehr, sehr leicht, was wirklich super ist. Die merkt ihr wirklich kaum im Ohr, was ich total toll finde, völlig faszinierend für mich. Optisch gefallen sie mir nicht ganz so gut, die Touch-Oberfläche ist ein großes, großes Highlight, das funktioniert wirklich super. Und ob ihr nachher diese Form der Apple AirPods mögt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Mein Platz 2 in diesem Testumfeld und der Testsieger und mein aktueller Daily Driver, das sind die Samsung Galaxy Buds Live. Es ist der ausgeglichenste Kopfhörer, ihr bekommt die schon für unter 100 Euro, was wirklich auch den Preis absolut erträglich macht. Und dafür ist es ein sehr, sehr, sehr guter Kopfhörer. So, das waren meine Kriterien. Vielleicht habt ihr noch andere, wenn ihr wissen wollt, wie ich das einschätze bei anderen Kriterien, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche euch das zu beantworten. Ansonsten, danke schön fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage am Ende, Alexa, Kamera aus. Okay.